Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video stelle ich dir mal die neuen 12-fach Di2-Schaltgruppen von Shimano vor. Viel Spaß damit! Shimano hat auf der Eurobike 2021 gleich zwei neue Rennradgruppen vorgestellt. Zum einen die Top-Linie Dura Ace und zum anderen auch gleich noch die Gruppe unten drunter. Das ist dann die Ultegra. Für die meisten Rennradfahrer am spannendsten ist, dass es jetzt eine 12-fach Schaltung ist. Shimano hat sich da auch gegen ein noch kleineres Ritzel hinten entschieden und bleibt beim kleinsten 11-fach. Es wird erst mal zwei Ritzelpakete geben. Einmal 11,30 und einmal 11,34. Das liegt daran, dass wenn das Zahnrad zu klein wird, wird die Umschlingung der Kette zu schlecht und das ist dann nicht mehr gut für die Effizienz. Also insofern, es bleibt hinten bei 11-fach und du hast dann ein Ritzel mehr, wo du den kleinen Einzahnsprung nur noch hast. Diese neuen 12-fach Ritzelpakete passen übrigens auch auf bestehende 11-fach Freilaufkörper. Das heißt, du brauchst hier an deinem Laufrad nicht allzu viel zu tauschen. Das soll es aber mal mit dem mechanischen Teil der neuen Schaltgruppen gewesen sein. Denn hier geht es schließlich um Elektronik und Connectivity. Und wenn dich das Thema auch Navigation am Fahrrad mehr interessieren, dann vergess nicht unten auf den Abo-Button zu drücken und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du kein zukünftiges Video mehr. Bei einem Blick aufs Gesamtsystem fällt auf, dass im hinteren Bereich des Fahrrades weiterhin ein kabelgebundenes System zum Einsatz kommt. Die Stromversorgung übernimmt der im Sattelrohr eingebaute Akku. Von dort aus geht es mit zwei Kabeln weiter. Zum einen zum Umwerfer und zum anderen zum Schaltwerk. Am Lenker kommt dann der kline, drahtlose Teil des Systems zum Einsatz. Das heißt, die beiden SDI-Hebel sind über ein schnelles, verschlüsseltes Funkprotokoll ans Gesamtsystem angebunden. Damit komme ich zur Detailbetrachtung der einzelnen Komponenten. Los geht es mit dem Umwerfer. Da gibt es am wenigsten zu sagen, durch den schnelleren und kräftigeren Motor konnten die Schaltzeiten am Umwerfer um 45% reduziert werden. Nächste Komponente im drahtgebundenen Teil der Schaltung ist das Schaltwerk. Das ist künftig auch die zentrale und das Herzstück der DI2-Schaltung. Das heißt, von hier aus werden alle anderen Komponenten angesprochen, also per Kabel der Umwerfer und über das Funkprotokoll die SDI-Hebel. Die Stromversorgung des gesamten Systems erfolgt auch über das Schaltwerk. Dort gibt es dann eine neue Ladebuchse. Da kannst du den Akku im Sitzrohr über ein spezielles USB-Kabel aufladen und laut Shimano hält eine Akkuladung für etwa 1000 Kilometer Fahrstrecke. Ebenfalls im Schaltwerk eingebaut ist die Bluetooth- und ANT-Funkeinheit. Bluetooth brauchst du, um mit dem Smartphone und der E-Tube-App deine Schaltung individuell zu konfigurieren. Und der ANT-Teil, der stellt die Verbindung zu den GPS-Radcomputern her. Also du kannst weiterhin über die Zusatztasten an den SDI-Hebeln deinen Garmin, Wahoo und Co. bedienen. Durch die Funkverbindung und die schnelleren, kräftigeren Motoren im Schaltwerk gibt Shimano an, dass eine um 58% kürzere Schaltzeit am Ritzelpaket möglich ist. Und bei meinen Testfahrten war das insbesondere beim Synchro-Shift sehr schön und positiv zu bemerken. Also da funktioniert der Gangwechsel extrem präzise, schnell und gerade der Kontershift, wenn man das Blatt wechselt, der funktioniert extrem flott. Damit komme ich zu den drahtlosen Komponenten der neuen Shimano DI2-Gruppen. Die SDI-Hebel am Lenker wurden auch mechanisch etwas überarbeitet. Zum einen bei den Bremshebeln für die hydraulischen Scheibenbremsen und zum anderen bei der Ergonomie. Die Stromversorgung der drahtlosen SDI-Hebel übernimmt jeweils eine Knopfzelle und die soll laut Shimano für etwa eineinhalb Jahre ausreichen. Falls du weitere DI2-Schalter, beispielsweise Sprint-Shift oder Triathlon-Schalter montieren möchtest, das ist möglich, auch wenn es noch keine Schalter mit dem neuen Kabelanschluss gibt. Dazu gibt es dann Adapter, um die Schalter montieren zu können. Da geht es dann erstmal per Kabel in die SDI-Hebel und von dort aus dann per Funk weiter ans Schaltwerk. Wenn du häufiger von manuellem Schalten auf Synchro-Shift wechselst, dann ist es natürlich unkomfortabel, wenn du jedes Mal ans Schaltwerk langen musst, um dort das umzuschalten. Insofern kannst du über die eTube-App auch die Funktionstaste am Schaltwerk auf eine dieser Zusatztasten auf den SDI-Hebeln legen. Ebenfalls neu vorgestellt wurden zwei Leistungsmesser. Richtig gehört, jetzt gibt es auch bei Shimano einen Leistungsmesser in der Ultegra-Klasse. Beide Leistungsmesser basieren weiterhin auf den klassischen Kurbelarmen. Shimano gibt eine Genauigkeit von plus minus 1,5 Prozent an. Eine Neuheit muss man noch erwähnen und das ist jetzt ein Temperatursensor im Kurbelarm. Damit ist es möglich, dass eine selbstständige Temperaturkompensation im System stattfinden kann. Die Kommunikation zwischen rechtem und linken Kurbelarm übernimmt keine Funkverbindung, sondern da gibt es in der Welle ein Kabel und dann geht es eben mit den gemessenen Werten weiter über Bluetooth bzw. ANT+. Die Stromversorgung übernimmt ein fest eingebauter Akku. Der wird über ein Spezialkabel geladen und soll für etwa 300 Stunden Betriebsdauer reichen. Soweit mal mein erster Überblick über die neuen drahtlosen 12-fach Shimano-Gruppen fürs Rennrad. Deine Meinung zu diesen Gruppen würde mich mal interessieren. Schreib die gerne unten in die Kommentare. An der Seite habe ich noch ein paar weitere spannende Videos verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Euer Matthias. Bis dahin. Bis dahin. Ich treffe die Samml chamado